Moin moin und hallo. Wie ihr seht haben wir hier ein komplett neues Format, das sich Versus nennt und da will ich immer irgendwelche Flugzeuge gegeneinander antreten lassen und da könnt ihr auch unten in den Kommentaren entsprechende Wünsche hinterlassen. Das können auch total bescheuerte Sachen sein, das können auch eine B-17 gegen P-8 oder sonst was sein. Auf die Idee hat mich der Jan Gustl gebracht, wenn auch nicht ganz freiwillig, der wollte einfach nur ein Duell gegen mich und er wollte in der Chaika P und nicht in der XP-55 fliegen und das Ergebnis seht ihr gleich hier. Damit begründe ich quasi auch schon die erste Folge. Wir haben nach normalen Duellregeln gespielt, das heißt Best of Five, also wer zuerst drei Siege für sich verbuchen kann, gewinnt und auch keine Head-Ons beim ersten Pass. Und am besten springen wir einfach mal rein und ich wünsche euch viel Spaß. Round 2 Outro 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 Rund 3 Rund 4 Rund 5 Rund 5 Rund 5 Rund 6 Rund 5 Rund 6 Rund 5 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sage bis dahin und wir treffen uns in der Luft